Willkommen meine Damen und meine Herren bei Harlekins Live Reportage. Heute berichtige ich vom Saarburger Wasserfall nach der starken Schneeschmelze. Viel Spaß beim Schauen. Meine Damen und meine Herren, ich bin hier eine Sehenswürdigkeit in Saarburg, der Saarburger Wasserfall, der momentan von der Leut gespeist wird und auch Hochwasser führt. Die Saarburger Wasserfallt Der weitergegen Geflöse schützt das Bacher hier runter. Das ist weiter verteilt. Sehenswürdigkeiten von Saarburg. Das war der Basis. Das war der Basis. Der Basis. Von hier aus, die schichten Leute, fliegen dann noch 500 Meter weiter in die Saar. Hier fließt man ab, um ein Wasserrad dahin zu schweißen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020